Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir einen neuen Weltauftrag, für den müsst ihr zwingend den Beginn, also den Weltauftrag, Beginn der Erkundung der großen Kluft abgeschlossen haben. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die hydrologische Untersuchung in der großen Kluft freischalten, und zwar in den unterirdischen Minen. Ihr müsst dafür zu dem Fishing Spot gehen, der sich bei den unterirdischen Gewässern befindet, in dieser Höhle hier. Die Höhle erreicht ihr am besten, wenn ihr euch hierhin teleportiert und dann den ganzen Weg einmal hier durchlauft, super nervig hier hinzukommen. Ja, fragt mich nicht, warum das so dumm gemacht wurde. Jedenfalls, wenn ihr hier seid, müsst ihr dann hier angeln und müsst ein Strange Object bekommen, ein merkwürdiges Objekt. Ich glaube, ich habe den falschen Köder, oder? Genau, wir brauchen, glaube ich, den mit den Federn für den großen. Ich bin nicht so der Fishing-Experte. Genau. Wahrscheinlich kriegt man es einfach mit dem ersten Fisch, den man angelt, oder es dauert ein bisschen, das kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Wir werden sehen. Okay, da war es auf jeden Fall schon mal nicht dabei. Da haben wir es bekommen. Seltsames Objekt. Warum hat Perman das Gefühl, dass wir etwas Seltsames gefangen haben? Ich glaube, man hätte es auch direkt beim ersten bekommen. Ich glaube, man muss nur das Angeln abbrechen. Ich habe jetzt alle Fische einfach gesammelt, aber ich glaube, das hätte man tatsächlich nicht machen müssen. Wir haben jetzt tatsächlich keinen Auftrag bekommen. Okay, wir müssen ins Basislager gehen und mit Kediv sprechen. Genau. Über das seltsame Objekt. Das hast du beim Fischen gefangen. Beim Fischen. Nun, dieses Zeug sieht in etwa so aus wie der Köder, den wir zum Angeln verwenden. Ist Angeln eine Tätigkeit, bei der man solche Dinge fangen kann? Anisa angelt auch jeden Tag auf Watazumi, aber ich sehe nicht, dass sie etwas gefangen hat. Sollte ich dich loben? Mal sehen. Dieses Ding. Ich kann spüren, dass es einen enormen... Dass es einen enormen an Hydrokraft hat. Okay. Das Grundwasser in der großen Kluft enthält ungewöhnlich viel Elementarkraft. Könnte es daran liegen, dass diese Dinger im Grundwasser vorhanden sind? Aber dieses Ding verliert Elemente, wenn es aus dem Wasser genommen wird. Also muss es vielleicht am Wasser gelassen werden, um eine Wirkung zu haben. Am Wasser gelassen. Legt es ans Wasser und aktiviert es mit Hydrokraft. Dann wissen wir wahrscheinlich, was das macht. Ich sag dir was, du aktivierst es, du bist es sowieso, der das Zeug gefangen hat und lässt mich wissen, was passiert. Wenn es einen Forschungswert gibt, bezahle ich dich dafür. Das klingt doch schon besser. Okay, wir müssen nicht zurück. Ich hatte schon befürchtet, dass wir jetzt nochmal in diese Höhle rein müssen, die, wie gesagt, eher nervig zu erreichen ist. Aber gut, glücklicherweise nicht. Irgendein Wasser tut es anscheinend auch. Genau, und das ist jetzt eben der Weltauftrag. Hydrologische Untersuchung. Wieso kam da jetzt eine Geodragenexel? Das ist so random. Klappt ihr wenigstens was? Natürlich nicht. Das ist so random. Okay. Die Geologie hier ist... Achso, das ist der Standardtext, den er immer sagt. Du hast das Ding ans Wasser gestellt. Wie war es? Ist etwas Besonderes passiert oder ähnliches? Eine Geodragenexe ist aufgetaucht. Eine Geodragenexe? Das Ding hat sich in eine Geodragenexe verwandelt, als es ins Wasser gelegt wurde. Oh, es war nicht das Ding, das sich verwandelt hat. Es war eine Geodragenexe, die herausschwamm, nachdem sie das Ding gesehen hatte. Ich hatte Angst, dass die Säulen meines Weltbildes zusammenbrechen würden, wenn dieses Ding ins Wasser gehen und sich direkt in eine Geodragenexe verwandeln würde. Was ist das nur für ein Ding? Eigentlich ganz einfach, aber wie kann ich es erklären? Lass mich raten, ob es irgendetwas Besonderes an dieser Geodragenexe gibt. Haltet es sich bei dieser elementaren Eigenschaft beispielsweise um Hydrokraft? Glaub schon. Dann ist das richtig. Diese Geodragenexe sollte die Hydrokraft beherrschen können. Der Elementgehalt von Hydrokraft unter der großen Knuft ist so hoch, dass einige spezielle Energiesammelpunkte gebildet haben und so besondere Dinge wie die Wasserpflanzen, die du beim Fischen gefunden hast, werden dort entstehen. Die Geodrachenexen, eine wasserliebende Kreatur der großen Kluft, verzerrt diese Hydro, reiche Wasserpflanze, um ihre Kraft zu steigern. Das Ding ist also in Wirklichkeit eine Wasserpflanze voller Hydrokraft. Ist das so? Nun, es ist eine Wasserpflanze, aber es ist so reich an Elementen. Sie wachsen nicht unter normalen Bedingungen, es sei denn, es gibt eine sehr reine und enorme Energie, die die Wasserquelle beeinflusst. Ach, auch egal. Diese Wasserpflanzen. Es lohnt sich, sich damit zu befassen. Denn eines Tages könnte es ein Elementarwesen mit Bewusstsein werden. Ah, okay. Ah, okay. Artikel mit Herz und Hirn. Empfehlung schreiben der Akademie. Darauf hatte ich es tatsächlich angelegt. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich die anderen Untersuchungen schon abgeschlossen hatte. Das wusste ich nämlich tatsächlich nicht. Also ein weiterer versteckter, eine versteckte Errungenschaft unter Wunder der Welt. Artikel mit Herz und Hirn. Okay, ich sage euch jetzt, was ihr noch machen müsst, um diese Errungenschaft zu bekommen. Ihr müsst zwei weitere Untersuchungen abschließen. Einmal die Pilzforschung in der großen Kluft. Die startet ihr, indem ihr acht leuchtende Pilze sammelt, die in der großen Kluft wachsen. Und die müsst ihr dann zu Kediv bringen. Und, also acht Leuchtpilze. Und die Paläontologische Untersuchung müsst ihr abschließen. Also über beide Aufträge habe ich auch Videos schon gemacht, die ihr euch einfach angucken könnt. Da wird es ein bisschen leichter. Die Paläontologische Untersuchung, das ist das mit diesen Fossilen, wo ihr Bilder von machen könnt. Da gibt es insgesamt fünf Stück davon. Und da habe ich auch ein Video, wo ich euch zeige, wo genau ihr die finden könnt und wie ihr da hinkommt. Und, genau. Falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Und dann bekommt ihr nämlich dieses Schreiben, dieses Empfehlungsschreiben für die Akademie, für das wir jetzt wiederum die Errungenschaft bekommen haben. Und dieses Empfehlungsschreiben braucht ihr, um den neuesten Beta-Auftrag aus Version 3.8 spielen zu können. Und auf das hatte ich es gerade abgesehen. Und, genau. Das war die hydrologische Untersuchung in der großen Kluft in unterirdischen Minen. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao. Outro